Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalenders. Heute ist der 21. Dezember und es gehen wieder mal 3 Skins raus an euch. Der erste Skin wurde mir wieder von euch geopfert und zwar ist das die Das hat IG am Corinthian oder keine Ahnung wie man die Scheiße ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Teil vom ersten Preis. Und ganz klassisch hätte ich natürlich wieder eine AK-47 Elite-Bild dazu. So, das war mal der erste Preis. Der zweite Preis ist eine, wo haben wir sie dann? 5-7 Monkey-Business. Wobei, muss ich jetzt gleich dazu sagen, der Gewinner von der 5-7 wird sie erst morgen am Abend geoffert bekommen. Weil ich auf diese Scheiße nehme ich noch eine Trade-Sperre habe bis morgen. Somit wird sie erst demjenigen morgen geoffert. Und der dritte Preis für heute ist die Galil-R-Eco ins Death Trek. So, dann, für die Leute, die heute das erste Mal einschalten und sich denken, sie wollen bei meinem Nicene CSGO Adventskalender mitmachen, haben wir im ersten Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu dem Teilnehmervideo, in dem ich erkläre, wie ihr teilnehmen könnt. Dieses Video müsst ihr liken, also das Teilnehmervideo müsst ihr liken. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein und desto mehr Kommentare ihr unter dem Teilnehmervideo schreibt, desto höher ist eure Gewinnchance. Dann, zweitens, am 24. Dezember kommt noch der Hauptpreis, und zwar Knife, dass wir das nicht vergessen. Dass dann noch alle Hypes drauf bleiben, sage ich mal. Dann, drittens, für die Leute, also ich habe es letztens in, weiß nicht mehr was für einer Episode schon mal angesprochen, für die Leute, die mich auf Steam adden. Kein Problem, ihr könnt mich adden, ob ich euch annehmen werde, ist so 50-50, wie mir halt euer Profil gefällt oder nicht. Nur wenn ich sehe, dass ihr zum Beispiel in meiner Steam-Gruppe seid, ist die Wahrscheinlichkeit schon einiges höher, dass ich annehmen werde. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ist das, also wie mein Steam-Account heißt, in der Videobeschreibung, findet ihr die ganzen Social-Media-Plattformen von mir. Und da ist auch der Link zur Steam-Gruppe mit dabei. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, von wem der Teagle-Skin eigentlich geoffert wurde. Und zwar nennt er sich auf Steam de Sanchez. Und er hat mich darum gebeten, dass ich nicht sein Steam-Profil in der Beschreibung verlinke, sondern seinen YouTube-Kanal. Somit findet ihr seinen YouTube-Kanal als den zweiten Link in der Videobeschreibung. Gut, ich glaube, ich habe jetzt mal alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich nehme heute mal wieder die andere Website für den Random-Commentarpicker. Weil die andere weiß ich ja sonst nicht mehr verwende. Hat heute keine Ahnung rumgepackt oder was keine Ahnung was für ein Scheiß war. Aber die hat sich alle fünf Sekunden aufgehängt und die Kommentare nicht mehr weitergeladen. Das war halt ein ziemlicher Abfuck. Deswegen mache ich das kurzer Hand wieder auf dieser Webseite für heute. Oder auch vielleicht morgen auch, wenn die Webseite sich nicht wieder beruhigt und gefügig wird. So, die Gewinner von gestern setzten wir heute natürlich wieder aus und sind erst morgen wieder mit dabei. Und dann würde ich auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Das war das Bundle mit der Deagle und der AK. Und zwar... Oh mein Gott, du bist es nicht. Denn du bist ein Gewinner von gestern und setzt heute somit aus. Gibt jetzt einen Re-Roll. Zwei ist es. Anarchy, Zink, Klamour, Flexi, 8 LP, Klamour zu. Du bist der erste Gewinner von heute, denn du hast gestern nicht mit dabei. Du gewinnst somit das Bundle aus den zwei Skins. Der zweite Preis war heute ja die 5,7... Oh, ich hab mir mal gegengeschaut. Der zweite Preis war heute die 5,7... Äh, pfui der Fie. Dass ich sie jetzt noch rausbringe. Der zweite Preis war heute die 5,7 Monkey Business. Die, was jetzt morgen rausgeoffert wird. Weil die ja noch eine Trash bereits machen. Und zwar geht die raus an den... Ein Traderino. Der Wack ist dann ebenfalls nicht mit dabei. Somit geht es halt an dich. Du bekommst heute die 5,7. Der dritte Preis war dann die Galil-R-Eco ins Dead-Track. Und die geht raus an den... Neißen... LP mit Spike. Mal kurz nachschauen. LP mit Spike war gestern nicht unter den Gewinnern. Somit geht es halt an dich. Und du gewinnst den dritten Preis von heute. Das war's dann auch gleich wieder mit den 3 Skins für heute. Ähm... Ja, eigentlich habe ich vorhin auch alles gesagt, was es zum Sagen gibt. Morgen kommen... Weiß nicht... Morgen würde ich mal 3, äh... 4 Preise sicher. Wenn nicht sogar 5 Preise. Weil dann sind die ganzen Skins hier, was ich eigentlich gedacht hatte. Noch zusätzlich. Ähm... Haben keinen Trade-Sperre mehr. Und mal schauen, was ich morgen halt noch so raushauen werde an euch. Ansonsten... Lasst mir einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Abonniert mich. Wer mich noch nicht abonniert hat. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Und ansonsten würde ich dann auch gleich wieder sagen... Schaltet morgen wieder hin. Wenn die nächsten Skins rausgehen. Und dann... Ciao und bis morgen. Euer Alex. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.